Chronologie einer Seenotrettung mit der Schleswig-Holstein im Einsatz auf dem Mittelmeer. Die Fregatte Schleswig-Holstein auf Patrouille in ihrem Einsatzgebiet Mittelmeer. Es ist 9.45 Uhr. Die See ist ruhig, die Mannschaft im normalen Tagesdienst. Doch das soll sich für die kommenden Stunden drastisch ändern. 10 Uhr. Die Seenot-Leitstelle MRCC in Rom bittet die Fregatte um Hilfe. Rund 80 Seemeilen vor der libyschen Küste ist ein Schlauchboot in Seenot geraten. Die Schleswig-Holstein nimmt Kurs auf die übermittelten Koordinaten. Die Seenotrettung beginnt. Von der Brücke aus informiert der erste Schiffseinsatzoffizier die Besatzung über die aktuelle Lage. Zeitgleich werden die Bordgeschütze einsatzbereit gemacht. Auch auf einer humanitären Mission wie dieser muss sich die Besatzung selbst schützen und verteidigen können. 11.15 Uhr. Das Schlauchboot ist gefunden. Als Erste bei den Schiffbrüchigen das Boarding-Team mit dem Übersetzer. Der erste Kontakt ist die heikelste Situation. Niemand weiß, was die Soldaten auf dem Schlauchboot vorfinden und wie sich die Schiffbrüchigen verhalten. Zeitgleich bereiten sich im Hangardeck der Schleswig-Holstein weitere Soldaten vor. Feldjäger und Mediziner müssen die kommenden Stunden im Schutzanzug arbeiten, bei über 30 Grad unter brennender Sonne. 12 Uhr. Mit den Speedbooten bringen die Soldaten die 111 Schiffbrüchigen an Bord der Fregatte. Sie werden zunächst in der Schanz den Bereich unter dem Flugdeck auf gefährliche Gegenstände durchsucht und danach ärztlich untersucht. Noch während die Aufnahme der Schiffbrüchigen läuft, erhält die Schleswig-Holstein den nächsten Auftrag zur Seenotrettung. In nur rund 90 Minuten sind alle Schiffbrüchigen an Bord und sofort läuft die Fregatte die neue Notfallposition an. 17 Uhr. Von einem italienischen Handelsschiff übernimmt die Fregatte 88 Schiffbrüchige. Die fünf Frauen und 83 Männer haben eine dramatische Flucht hinter sich, müssen jetzt medizinisch versorgt werden. Wir haben selber nicht die Seenotrettung durchgeführt, sondern haben das von einem Handelsschiff bekommen, der die Personen aus dem Wasser rausgezogen hat, weil sie kurz vor der libyschen Grenze letztendlich gekentert sind, ins Wasser gesprungen sind. Und dort hatten wir zum einen sehr viele psychische Probleme, weil viele Angehörigen untergegangen sind, ertrunken sind, die alle mitsamt nicht schwimmen können. Das heißt, es hatten viele Menschen ihre Angehörigen verloren und waren entsprechend traurig und traumatisiert. Und zum anderen waren aber auch viele Verletzungen dabei. Ein Sturz mit dabei, der eine fragliche Beckenverletzung hatte. Einige Wunden an den Füßen, die in Metallstäbe gestanden sind, wo wir entsprechend auch die Versorgung machen mussten. 20 Uhr. Ein drittes Mal an diesem Tag kommen Schiffbrüchige an Bord der Schleswig-Holstein. Von einem italienischen Marineschiff übernimmt die deutsche Fregatte 84 Menschen, darunter 17 Frauen und 14 Kinder. Nach etwas mehr als einer Stunde ist auch diese Übernahme beendet. Auf dem Flugdeck ist es voll geworden. 283 Männer, Frauen und Kinder verbringen die Nacht unter freiem Himmel. 15.30 Uhr am nächsten Tag. Während die Schiffbrüchigen ihren Bereich auf dem Flugdeck aufräumen, bereitet die Besatzung die Übergabe der Menschen an die italienischen Behörden vor. Gegen 16 Uhr legt die Schleswig-Holstein im Hafen von Augusta auf Sizilien an. Die Ärzte haben die Schiffbrüchigen bis dato medizinisch versorgt, sich nicht nur um die körperlichen Wunden gekümmert. Was die psychische Betreuung angeht, auch da hat die Mannschaft sich auf die Flüchtlinge eingelassen, hat sie getröstet. Den einen oder anderen haben auch medikamentös ein bisschen beruhigen müssen. Aber ich denke, wir haben ihnen versucht, für kurze Zeit hier einen kleinen Hort der Sicherheit zu geben. 17.15 Uhr. Noch immer werden Schiffbrüchige an die italienischen Behörden übergeben. Für die Besatzung der Schleswig-Holstein geht dieser Seenotrettungseinsatz nach weit mehr als 24 Stunden langsam zu Ende. Wenn der letzte Schiffbrüchige das Schiff verlassen hat, wird das Flugdeck gereinigt und dekontaminiert. Dann geht es wieder hinaus ins Einsatzgebiet im Mittelmeer.